Ich begrüße Sie ganz herzlich bei unseren Shopping Stars, nämlich dem Outlet hier bei Channel 21. Mein Name ist Luisa Verführt und vielleicht wissen Sie es, ich war letztes Jahr Shopping Queen und auch Shopping Queen des Jahres. Und ich zeige Ihnen, wie Sie Shopping Star werden und wie Sie shoppen können zum nämlich ganz, 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 ganz kleinen Preis. Aber wie Sie wunderschön aussehen und das geht nur hier bei mir, bei Shopping Stars, das Outlet. In einer modischen Hose nicht nur gut aussehen, sondern sich auch sehr wohlfühlen und ganz bequem da drin durch den Tag schlendern. Das geht mit unseren Jogpants. Und es ist ja wirklich, es gibt keine Hose, die gerade mehr im Trend liegt als diese Jogpants. Es ist so ein bisschen immer dieser Jogger-Style, aber eben mit so ganz tollen Details, wie oben am Schlupfbund mit unserer Lamm-Nappa-Leder-Kante. Und ganz ehrlich, für 15 Euro sehen Sie topmodisch aus. Wir schauen uns das einmal bei Antje auf dem Laufsteg an. Antje zeigt uns, wie sexy man diese Jogpants trägt. Man sagt oder wir sagen beim Senni dazu immer Atleisure Style. Da trägt, da steht beziehungsweise das Wort drin Athletik. Ja, es ist eine athletische Hose, aber auch Leisure. Also Leisure übersetzt ins Deutsche ist sowas wie müßig, so eine Müßiggang-Hose, ja. Aber ganz ehrlich, also wenn ich athletisch und müßig aussehe, ja, dann sehe ich nicht so heiß aus wie meine Antje neben mir, sondern dann sehe ich ganz anders aus in meiner Jogging-Hose. Insofern, bitte schauen Sie sich dieses Knaller-Outfit an. Da muss ich gar nicht viel zu sagen. 15 Euro für diese wunderschöne Hose von Monaco Blue mit dem grafischen Druck hier auch noch drauf. Das ist ja auch so ein bisschen, ne, so ein 70er-Jahre-Look, aber ins Heute übersetzt. Also modern interpretiert, so ein bisschen hippiesk, aber auch ein bisschen psychedelisch. Ich finde es super cool. Wir sehen das ja schon hier richtig, das ist eigentlich quasi so ein bisschen so ein Disco-Print, ne, den wir hier haben. Und ich sage Ihnen, da geht auch richtig die Musik los, wenn wir uns den Preis angucken. 15 Euro für diese Hose. Ich kann Sie quasi alle schon klicken hören. Klick, 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 klick. Die Warenkörbe, die, boah, die laufen schon über. Überlegen Sie, schauen Sie bitte im Internet. Einfach bei uns in der Suchmaschine Shopping Stars eingeben. Da finden Sie alle meine Highlights aus meiner Shopping Stars Outlet-Sendung. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie finden bestimmten Oberteilen noch, was auch 15 Euro oder 20 Euro kostet. Sie bezahlen dann für ein ganzes Outfit 30 Euro. Bitte überlegen Sie nicht lange. Wenn Sie bis morgen überlegen oder übermorgen, ich kann es Ihnen nicht versprechen, dass Ihre Größe noch da ist. Für 15 Euro geht das hier durch die Decke. Ich sage es Ihnen, bei meinem Outlet, sag ich schon, bei meinem Outfit, da fliegt hier das Dach weg. Wir haben Preise, die sind so klein, ja, da müssen Sie nicht zum Lachen in den Keller gehen. Und wir lachen ganz, ganz laut, weil wir uns so freuen über diese tollen Angebote. Es ist ein Geschenk von uns für Sie, ohne Frage. Denn solche coolen Styles, modische Styles, ja, ich würde mich hier nicht hinstellen und Ihnen irgendwelchen Krempel verkaufen, ja. Ich bin Modejournalistin, ich bin Stylistin. Ich will, dass Sie hot aussehen, dass Sie modisch aussehen. Deswegen jetzt diese Hose bestellen. Viel Freude damit. Hier bei uns gehen die Preise hoch und runter, ein Hin und Her, aber heute sage ich, da sind wir ganz weit unten, nämlich mit unserem tollen Zickzack-Blazer, mit diesem Jacquard-Muster von Monaco Blue. Ich habe ihn mir direkt übergezogen, denn ich will Ihnen zeigen, dass wir ihn nicht nur in diesem schönen Schwarz-Lila haben, sondern nämlich auch in einem ganz tollen Schwarz-Grau. Ein Blazer für 25 Euro, ja, gibt es bei mir hier, bei meinen Shopping-Stars, weil wir nämlich sie zum Spar-Sternchen machen hier mit unseren Mega-Preisen. Und hier habe ich nochmal meine Anke, die kommt dazu, damit wir beide, nämlich mal beide Farbausprägungen zeigen können. Einmal hier, wie gesagt, unser Schwarz-Lila, mein Farbfavorit. Und Anke hat sich für das Schwarz-Grau entschieden. 25 Euro, was soll ich sagen, ein Jacquard-Muster. Wenn Sie wüssten, wie aufwendig es ist, ein Jacquard-Muster zu stricken bzw. herzustellen. Es gibt dafür eigene Jacquard-Webstühle, alleine das ist schon wirklich eine Handwerkskunst an der Mode, unbeschreiblich. Ich möchte diese Menschen, die alles das hergestellt haben, nämlich, weil wir sind ja bei Monaco Blue in Frankreich und Italien, das ist wirklich ein Lob nochmal an euch, Jacquard-Muster zu weben. Ist eine große Kunst und wir sind in der tollen Möglichkeit, statt 112 Euro Ihnen diesen Blazer für 25 Euro heute nach Hause zu schicken. Ich sage Ihnen, Sie haben hier knappe 90 Euro gespart. Ja, wo gibt es denn sowas? 90 Euro sparen, das sind quasi, es ist einfach quasi ein Geschenk von uns für Sie, ja. Und Sie sehen damit grandios aus, egal ob über einer weißen Bluse, über einem Top zu einem Rock, zu einer Röhre. Sie können, das ist auch ein toller Business-Look, finde ich, ja, wenn Sie ihn zur Arbeit tragen. Oder aber einfach locker drüber über einem T-Shirt, auch da ist es einfach ein schönes modisches Teil. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie das haben möchten, auch diesen Zickzack Jacquard-Muster-Blazer, dann müssen Sie jetzt wirklich schnell sein, denn der wird hier durch die Decke gehen, das verspreche ich Ihnen. Ich liebe Ihnen jetzt schon, es ist wirklich ein cooles Teil, aber bei meinem Outlet ist es so, wer zuerst kommt, der sieht auch als erstes schön aus. Und deswegen sofort reinklicken bei uns, schauen Sie bei Channel 21, welche Farben noch da sind, welche Größen noch da sind. Wir haben die kleinsten Preise, aber auch die kleinsten Mengen, das sage ich Ihnen gleich dazu. Deswegen, direkt Ihre Größe, ab in den Warenkorb, dann bald ist es zu Hause bei Ihnen. Und Sie schmücken sich nicht nur mit der schönsten Mode, sondern Sie können sagen, ich habe 90 Euro gespart. Ich bitte Sie, 90 Euro sparen, heute bei mir, morgen nicht, jetzt. Jetzt sofort. Lieblingsteile, und da sind wir jetzt genau bei meinem. Eine schwarze Röhre habe ich hier von Monaco Blue und ganz ehrlich, schwarze Lederröhren, das ist das. Ich glaube, wenn Sie meinen Kleiderschrank einmal aufmachen, davon habe ich bestimmt 50 Stück. Warum? Weil ich sie ständig anhabe, weil ich sie ständig brauche und weil sie zu allem passen und weil sie immer sexy aussehen. Das ist einfach der Biker-Look und der wird nie aus der Mode kommen, der ist immer verführerisch. Und heute ist der auch verführerisch, weil er nur 20 Euro kostet. Meine Güte, ich weiß gar nicht, wie wir das hier wirklich stemmen und machen können. Das ist doch ein Allround-Klassiker. Das ist eine Röhre, eine Lamm-Napper-Optik-Röhre, die immer cool ist. Ich weiß gar nicht, wer hier so verrückt war, das hier auf diesen Preis runter zu reduzieren. Weil das ist eine Hose, die finden Sie in der Stadt nur für 100 Euro. Es gibt keine anderen Lederröhren, die da runter sind, die irgendwo gescheit sind. Und das Schlimme ist, wenn Sie eine echte oder beziehungsweise eine Kunstlederröhre haben, da blättert irgendwann das ab. Die können Sie nicht waschen, das ist alles ein Mist, das sage ich Ihnen. Bei unseren Röhren von Monaco Blue, wir haben eben diesen ganz, ganz tollen Shaping-Effekt. Aber wir haben natürlich auch die Qualität, dass das wirklich hier entspannt ist. Die sitzt bei dir, da kann ich ja gar nicht reingreifen. Hier, guck mal hier, da kann ich. Hier darf ich einmal ran am Knie. Die sitzt locker, da engt nichts ein. Und trotzdem sehen wir einfach aus wie eine Rakete. Schauen Sie sich das an. Also unglaublich, ich liebe Sie merken, ich überschlage mich schon. Es sind schwarze Lederröhren. Ist für mich das heißeste vom heißesten, was es auf dem Markt gibt. Eine Frau in einer schwarzen Lederröhre, darüber eine locker, eine locker wehende Bluse, vielleicht leicht transparenten High Heel. Ja, haben Sie für mich das Outfit der Outfits. Ja, mehr geht nicht. Können Sie auch einen Sneaker zu anziehen oder einen coolen Biker-Boot, ne. Ein Stiefel geht auch. Und der Wahnsinn, 20 Euro. Sie bekommen für mich mein Lieblingsteil. Wirklich, stehe ich 100.000 Prozent dahinter. Mein Lieblingsteil für 20 Euro. Also, diese Röhre, diese Lamm-Napper-Optik-Hose von Monaco Blue, gefertigt in Europa, ja, ist eines meiner Fashion-Outlet-Highlights hier. Ein Shopping-Star der Shopping-Stars. Der größte Stern hier, der hier heute leuchtet. Und der leuchtet für 20 Euro. Ich kippe wirklich fast um, weil ich möchte diese Hose eigentlich theoretisch, ich gebe die auch nicht mehr zurück. Jetzt nehmen wir die jetzt gleich selber mit nach Hause für 20 Euro. Das ist wirklich ein Teil, müssen Sie haben. Sorry, ist ein Teil, da baut jeder Look drauf auf, ja, schwarz, meine Lieblingsfarbe, Modefarbe, passt alles dazu. Mir fällt nichts mehr ein. Jetzt einfach bestellen. Seien Sie glücklich damit. Sie werden Sie einfach lieben. Genauso wie ich auch. Also jetzt, anrufen oder online bestellen, ja, dieses Highlight. Perfekt. Eine kleine Erfrischung. Auch das kann Mode ab und an sein. Und das ist sie genau jetzt bei mir bei Shopping-Stars. Nämlich mit dieser super coolen Jog-Pans in diesem, ich sag immer, Swimming-Pool-Blau. Wir können alle gut gerade, glaube ich, eine kleine Abkühlung gebrauchen. Und die gibt es nicht nur modisch und auch nicht nur mit meinem Blau, sondern mit meinem Preis. Alles, deswegen, jetzt bestellen, wenn Sie auch die Jog-Pans haben wollen, schauen Sie sich das an. Die hat auch noch die coolen Taschen, die hat wieder unseren tollen Schlupfbund und hat einfach eine sensationelle Farbe. Und die sehen wir jetzt hier bei Antje. Ein Wahnsinns-Look. Es ist doch wirklich, oder? Ich liebe es im Sommer, wenn ich im Urlaub bin. Ich hänge ja sowieso nur den ganzen Tag am Pool rum, wenn ich mich erhole und gucke ins Wasser. Ich liebe es. Ich finde, es ist entspannend. Es gibt keine Farbe, die uns mehr zur Ruhe bringt und die uns wirklich mehr runterkommen lässt als Blau und als Wasser. Und genauso sieht diese Hose aus. Es ist eine richtig coole Farbe. Ich mag auch immer diese Optik, die wir nämlich haben in unserer Lambda-Pau-Optik, ist ja immer fast so ein bisschen, ne? Sehen Sie dieses changierende Spiel der Farben, fast als wäre es gesprüht. Das hat eine sehr artifizielle Wirkung und das ist wie bei den Gemälden von David Hockney. Das ist einer meiner Lieblingskünstler, der hat immer Bilder mit Pools gemalt. Heißt das Pools? Poolen? Na ja, Sie wissen, was ich meine. Auf jeden Fall immer wunderschöne Farben mit reingenommen. Also machen Sie mit mir. Kommen Sie mit mir. Steigen Sie aufs 3-Meter-Brett. Wir beide springen zusammen darunter in diesen Preis von 20 Euro. Ja? Da machen wir eine richtige Arschbombe rein, weil hier können wir uns wirklich freuen, für 20 Euro eine Jogpants zu bekommen. Ja? Sie bekommen eine Jogpants für 20 Euro. Die hat 67 gekostet. Vergessen. 67 können Sie direkt im Pool schmeißen. Brauchen wir nicht mehr. 20 Euro. Für 20 Euro holen wir uns eine richtig modische Erfrischung. Und wenn Sie von mir noch einen Tipp haben wollen, was das Styling und die Kombi angeht. Weiß ist perfekt. Sie können aber auch, denken Sie mal an so ein richtig geiles Gelb, ja? Oder an Pink. Sie können da richtig wirklich was machen. Auch in der modischen Kombination. Insofern, ich liebe diese Hose. Ich finde sie sensationell. Sie können die verstellen auch oben nochmal mit den Bändchen weiter enger und haben immer diese coolen Taschen. Das finde ich immer wichtig, dass man da wirklich was hat, wo ein bisschen Leisure rumstehen kann. Ist ja eine Jogpants, ne? At Leisure Style. Also wirklich auch ein bisschen entspannter. Und entspannt können Sie sich zurücklehnen, weil ganz ehrlich, bei 20 Euro, ne? Da kann man ganz entspannt einkaufen gehen. Bei uns hier bei channel21.de. Insofern, jetzt ran an die Hose und mit mir in den Pool springen vom 3-Meter-Brett und sich freuen über diese Ersparnis. Jetzt bestellen! Wie wäre es mit einer wunderschönen Bluse jetzt noch für den Sommer? Ich hätte da auf jeden Fall das passende Stück und ich nehme es mir auch direkt runter, weil es hat nämlich eine meiner Lieblingsfarben. Dieses wunderschöne, so ein bisschen wie mit Deckweiß aufgehellte Petrol Blau. Und das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, zusammen mit ganz wunderschönen, leichten Rosé-Tönen, auch im Make-up und in der, vielleicht in dem anderen abgestimmten Kleidungsstil, ein Knaller. Und jetzt kommt der richtige Knaller. 16 Euro möchte ich heute noch von Ihnen nur haben für diese Bluse. Und diese Bluse, ich habe die selber zu Hause, hat unglaublich schöne Details. Wir haben hier nicht nur diese süßen Taschen, das ist so ein bisschen dieser Military-Stil, auch hier auf den Brüsten nochmal vorne, sondern wir haben auch diese tollen Pelmut-Knöpfe. Und die liebe ich so sehr bei Monaco Blue. Das ist wertig, das sieht schick aus, da spiegelt sich das Licht immer drin, das ist ganz seitig weich und dann natürlich zusammen mit dem Rauchblau ergibt das eine wunderschöne Symbiose. Es ist einfach, wie gesagt, ich finde die schönste Farbe aus der kompletten Auswahl, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, für 16 Euro. Es ist eines unserer Top-Seller, würde ich vielleicht sogar zwei Farben nehmen. Rosé ist auch super schön, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, welche Größen da sind. Da, wir haben um die 200 Artikel bei uns hier bei Shoppingstars, alle zu diesen Knallerpreisen. Bitte helfen Sie mir da etwas und schauen Sie vielleicht selber mal bei Channel 21, ob Ihre Größe noch da ist. Und vor allem seien Sie bitte schnell, denn bei uns ist heute hier Ausverkauf. Ja, wir drehen hier komplett am Moderat, wir drehen das ohne Ende und zwar in Richtung kleinster Preis. Mehr geht nicht, kann ich Ihnen schon versprechen, aber ich denke, das sehen Sie auch selber. Ein, 16 Euro für eine Bluse von Heike Schubert, ja, in Paris, in Frankreich hergestellt, ja, ist wirklich eine unglaubliche Aktion, die wir hier heute fahren. Wenn Sie vier Blusen hiervon kaufen, ja, dann kommen Sie fast auf den Normalpreis. Vier Blusen und Sie sind bei dem Preis, die normalerweise eine Bluse kostet, ja, vier für eins. Wo lesen Sie das denn, wenn Sie in die Stadt gehen? Und vor allem, dann müssen Sie ja erstmal in die Stadt gehen. Bei mir gehen Sie nicht in die Stadt. Bei mir, da schalten Sie einfach hier ein bei Shoppingstars und ich nehme Sie mit auf meiner kleinen Milchstraße durch die Sternengalaxie und da pflücken wir uns unsere Highlights raus, Sie und ich. Wir oder beziehungsweise ich gebe Ihnen ein paar Tipps, wie Sie vielleicht kombinieren können und Sie sparen wirklich, was das Zeug hält. Nehmen Sie alles mit, was Sie wollen, ja, hier können Sie heute nichts falsch machen, nur schön aussehen. Einmal aussehen wie Audrey Hepburn. Wie das geht, ganz einfach und vor allem, das kostet nur 25 Euro. Ich zeige es Ihnen, denn dieser Kurzmantel, beziehungsweise bei uns hier bezeichnet als Jacke, ist eines der Teile, wo ich immer sage, wenn ich dieses Teil anziehe, höre ich im Hintergrund immer Moonriver laufen. Es ist diese typische, ja, Jackie Onassis hat es auch immer getragen, rundhals, etwas ausgestellt, große Knöpfe, ja, 97 Euro war der Preis. Vergessen Sie den, weg, 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 97 nicht mehr im Kopf haben. 25 Euro kostet diese Jacke. Und ich bitte Sie, schick haben wir jetzt in diesem Moment neu definiert. Schick ist nämlich genau das, was wir beide hier tragen. Schick ist diese Jacke mit diesen großen Knöpfen und das Besondere ist, wir haben hier eben diese Waffelpikee-Optik. Und das ist immer so schön, finde ich, weil es gibt einfach dem Material nochmal ein bisschen Pfiff und nochmal ein bisschen Schwung. Es ist diese, so ein leichtes Waffelpikee, auch fast wie so eine Mesh-Optik. Es sieht immer, es ist eine Mischung aus sportlich und schick. Und ich finde ganz ehrlich, für 25 Euro bekommen Sie hier eine Jacke, Rundhalsausschnitt, große Knöpfe, ein Design wirklich wie gemacht für große Stars, wie Audrey Hepburn, wie Jackie Kennedy. Ja, alle haben solche Jacken getragen. Immer dieser Rundhals, es hat immer irgendwie sowas Aristokratisches, etwas Königliches. Ich mag das sehr, sehr gerne, vor allem die schräg gesetzten Taschen. Ich brauche immer irgendwas, wo ich meine Hände lassen kann, ne, weil ich bin ja sonst immer sehr nervös und fummel immer viel rum. Und deswegen ist das wirklich optimal. Diese Jacke wird gleich direkt weg sein. Sie hat mal viermal so viel gekostet, kostet heute 25 Euro. Für 25 Euro eine Jacke, die Sie auf jedem Event tragen können, die Sie auf allem anziehen können, wirklich über dem T-Shirt, über einem ganz tollen Etui-Kleid. Vielleicht, wenn Sie mal in die Oper gehen, ins Theater, zu einem schicken Konzert, dann ist das genau der richtige Begleiter. Ein Highlight in Schwarz, in der Modefarbe schlechthin und das für 25 Euro. Ja, Shopping-Stars, da sind natürlich die ganzen Stars mit drin. Wir versuchen immer, Stylings für Sie zu erstellen natürlich und Looks rauszusuchen, wo wir sagen, genau das ist Trend. Das finden Sie gerade draußen, wo die Leute und alle um Sie rum sagen, wow, Sie sehen bezaubernd aus. Deswegen jetzt anrufen 0800 21 333 21 und sagen, ich will aussehen wie Audrey Hepburn. Ich will von Monaco Blue die Jacke mit Knopfleiste. Und zwar genau jetzt. Die Trendfarbe 2019, wissen Sie welche das ist? Ich verrate Ihnen. Living Coral heißt die Trendfarbe 2019 vom Pantone-Institut bestimmt. Und, na klar habe ich auch die unter meinen Shopping-Stars. Denn auch wir liegen komplett im Trend mit unserem Preis von 20 Euro. Was macht mehr Spaß, als direkt auf den Punkt Mode zu kaufen, die genau so 2019 gerade stattfindet, aber hier in dem Fall 47 Euro zu sparen. Also quasi das Zweifache von dem, was die Hose im Moment noch kostet. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie sich das Coralle so auf dem Laufsteg macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesen Fan von Living Coral, von unserer Korallenfarbe. Denn wofür steht Coralle? Denken Sie doch mal nach. Es ist auch eine Farbe, die aus dem Wasser kommt. Wir haben ja viele andere tolle Blautöne, auch bei uns bei den Shopping-Stars. Aber Koralle, das ist Energie. Ja, das ist eine sehr energiegeladene Farbe, die uns sehr schmeichelt, die Harmonie bringt. Und so wird es jedenfalls auch bei unserem Pantone-Institut formuliert. Wir haben im Moment Zeiten um uns rum natürlich auch überall, wo wir uns mit der Mode wieder versuchen, etwas smooth zu machen und auch mehr Freude zu bringen und uns auch so anzuziehen, dass wir da vielleicht so ein bisschen harmonisch und auch einfach liebevoll uns was Gutes tun. Liebevoll tue ich Ihnen was Gutes bei mir mit den Shopping-Stars, weil ich Ihnen mit dem Preis so weit entgegenkomme, dass ich Ihnen diese Jog-Pant wirklich auf dem Silbertablett serviere. Ja, ich bringe Ihnen die quasi bis direkt nach Hause. Ja, unsere korallenfarbene Jog-Pant aus Velour-Leder-Optik. Wir haben hier, Anke hat es eben schon ganz, ganz toll gezeigt, wieder diesen elastischen Bund. Ja, man fühlt sich nicht eingeengt. Und man kann die Hose aber ganz toll kombinieren. Die funktioniert mit High Heels, mit Keilsandalen, die funktioniert mit flachen Sandalen. Und Sie haben diese coolen Taschen. Sie kennen das, Heike Schubert präsentiert das ja auch immer wunderbar. Es hat einfach diese lässige, laissez-faire Art. Und auch gerade nochmal hier, schauen Sie auch gerne bei den Oberteilen. Auch das ist ein Oberteil bei mir von den Shopping-Stars. Da immer gerne bei uns bei channel21.de Shopping-Stars mit reingucken. Denn da sind nicht nur solche Teile wie unsere Jog-Pants. Alles bis zu 70, 80 Prozent reduziert. Ja, was heißt das? Kleinste Preise. Kleine Bestände. Deswegen, was heißt kleiner Bestand? Ja, genau. Ganz, ganz schnell sein. Und ganz schnell sind Sie jetzt bitte hier bei der korallenfarbenen Jog-Pant. Denn die Trendfarbe 2019 Living Coral gibt es nicht nur hier, sondern gibt es hier als Jog-Pant. Deswegen jetzt anrufen oder direkt reinklicken. Und ganz lässig in der Trendfarbe aussehen. Ein T-Shirt, bei dem wirklich sprichwörtlich die Sonne aufgeht. Und das nicht nur, weil es einfach meine Lieblingskombination an Farben hat. Nämlich Pink und Orange. Perfekt durch die, ja, durch die Naht weg. Gute Laune, möchte ich fast sagen. Nein, es kostet auch. Ich finde es echt immer schon krass, was er hier mit mir macht. 10 Euro. 10 Euro für ein Shirt von Monaco Blue, ja. Wir haben hier 10 Euro für ein Shirt, was in Frankreich oder Italien gefertigt wurde. Was auf jeden Fall aus Europa kommt. Ich habe gerade nicht reingeguckt. Hier siehst du, gucke ich gleich nochmal nach. So, jetzt gehe ich mal hier rüber zu meiner Antje. Das ist der Sommer, oder? So schmeckt der Sommer. Kennen Sie das Ding noch? So schmeckt der Sommer. Es ist wirklich, es ist ein wunderschönes T-Shirt. Und es liegt einfach Viskosen gleich wieder auf unserer Haut. Was bedeutet Viskose für Sie? Wir schwitzen nicht. Sie transpirieren nicht. Wir haben keine Schweißflecken. Es ist hautfreundlich, ja. Und es knittert nicht. Auch nicht nach der Wäsche. Kein lästiges Bügeln. Und wir können es dahin mitnehmen, wo wir am liebsten sind. Nämlich im Urlaub. Oder, okay, muss ich auch sagen, am zweitliebsten bin ich zu Hause. Stimmt. Und dafür ist natürlich auch dieses Shirt perfekt, ja. Jetzt gerade draußen beim Grillen eine Gartenparty. Dazu eine coole Röhre, vielleicht auch von Monaco Blue. Klicken Sie sich bitte durch. Wir haben bei unseren Shoppingstars auch ganz viele Röhren, ja, für 20 Euro. Überlegen Sie bitte. Dieses Shirt. Dazu eine Röhre für 20 Euro. 30 Euro. Ein komplett Look von Monaco Blue. Wirklich. Wie von der Sonne geküsst. Es sieht wirklich aus, so fresh wie ein Capri-Eis. Man möchte es direkt quasi inhalieren. Sozusagen eine ganz, ganz tolle orangene Farbe. Wir haben es aber auch in lila und in blau. Da leider so desortiert. Ich meine, wir sind hier halt einfach bei mini, 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 mini kleinen Preisen. Deswegen sind wir auch bei den Shoppingstars. Wir sind ja die Stars hier unter den Preisen und aber auch unter unseren Modeteilen. Weil ich finde, wir haben hier Outfits. Da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken, ja. Auch wenn wir hier so kleine Preise haben. Wir haben die kleinsten Preise, wir haben die kleinsten Mengen, wir haben die Größenreduzierung. Bis zu 80 Prozent reduziert. Aber ich kann es Ihnen nicht garantieren. Sie müssen heute schnell sein. Wer weiß, ob das T-Shirt morgen noch da ist. Es ist einfach ohne Ende begrenzt, dieses T-Shirt. Und das geht hier durch die Decke. Kann ich verstehen. Wer will das nicht haben. Wer will nicht Urlaub haben. Wer will nicht gute Laune haben. Wer will nicht dieses Shirt haben. Und wir wollen dafür nur 10 Euro haben. Insofern, Sie rufen jetzt hier mal ganz schnell bei mir an und sagen 0800 2133321 und sagen, ich will dieses T-Shirt in orange und pink haben und ich will den Sommer zu mir nach Hause gebracht. Insofern, jetzt bestellen. Ich nehme Sie wirklich direkt mit an den Strand. Denn was finden wir da? Meine Lieblingsfarbe. Ein superschönes Sandbeige. Und das Tolle heute bei meinen Shoppingstars ist, dass wir die Knaller, wirklich die Klassiker und Lieblingsteile von Heike Schubert, sagen Sie es hier bitte nicht, heute einmal für 20 Euro haben. Nein, ich habe es natürlich mit dir abgesprochen. Und es ist ein Riesengeschenk von uns für Sie. Sie sparen hier bis zu 80%. Und ich sage Ihnen, das sind Hosen, die haben wir immer im Programm, ja. Da machen Sie nie etwas falsch. Und ganz ehrlich, man wäre doch schön doof, wenn man die jetzt noch für den Normalpreis gerade kauft, wenn Sie hier bei mir bei Shoppingstars die für 20 Euro bekommen. Und wir sehen, Entschuldigung, ich muss schon wieder anfassen. Aber es ist einfach, es ist diese unglaublich schöne Velourlederoptik, die wir haben. Sie sehen das schon bis zu sich nach Hause. Wir haben diese ganz, ganz tollen Ziertaschen und natürlich auch die Abnäher und Wiesen vorne drauf. Genauso wie hier vorne diese verschlankende Optik. Das ist Heike Schubert, das ist Monaco Blue und Sie kennen natürlich die Hosen aus den Präsentationen. 20 Euro, da müssen Sie nicht lange drüber nachdenken. Das sind Klassiker, das sind Lieblingsteile, aber für 20 Euro, ganz ehrlich, wer der Erste ist, der ist heute hier der Erste. So ist das hier bei uns bei den Shoppingstars, ja. Bitte jetzt in den Warenkorb legen, denn wenn die Größe weg ist, dann ist sie leider raus, ja. Heute wird hier alles ausverkauft, unsere Mode das erste Mal hier so günstig reduziert. Ein Outlet, Sie kennen das, so ist das leider. Ich gehe manchmal in die Stadt, ja, und denke, endlich kostet das nicht mehr 150 Euro. Das Kleid, ja, endlich kostet es nur 60. Dann denke ich mir immer, dann gehe ich nochmal kurz einen Kaffee trinken, denke drüber nach, ich komme wieder, das Kleid ist weg. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Ihnen das passiert. Bitte, tun Sie diese Hose, die Velour-Leder-Optik-Hose, egal ob in beige oder tupf, wir haben noch zwei Farben. Tun Sie diese Hose bitte in Ihren Warenkorb und fahren Sie damit schön zum Ausgang, unserem Channel 21-Ausgang, und bekommen Sie nach Hause und freuen Sie sich darüber. Sie können wirklich, Sie haben ja nur pro Tag 5,95 Euro an Versandkosten. Packen Sie Ihren Korb voll, ja, die Versandkosten steigen ja nicht und ich kann Ihnen sagen, bei Shoppingstars, bei meinem Outlet-Format, hier bei Channel 21, da sparen Sie so viel und bekommen Outfits nach Hause, teilweise Oberteil und Unterteil für 30 Euro, ja. Ich bin komplett begeistert, ich liebe diese Hosen, ich habe sie selber zu Hause und ich bitte Sie jetzt in die Leitung zu gehen oder aber auch bei Channel 21.de Shoppingstars einfach eingeben, da finden Sie alle diese Teile. Jetzt bestellen, schön aussehen und sparen ohne Ende. Häkelstrick und das hier zu 15 Euro. Ich bin total begeistert, weil ich kann es zwar nicht stricken, aber häkeln kann ich auch und ich bin immer ganz begeistert von so Looks, die einfach diesen Hippie-Flair haben und die so ein bisschen einfach auch diesen 70er-Jahre-Charakter haben und das aber auf eine ganz besonders moderne Art interpretiert. 15 Euro hier für einen Pullover von Monaco Blue. Und das ist einfach eine Ware, ich möchte sie Ihnen nochmal bei Anke zeigen. Sie denken jetzt vielleicht, oh Mensch, wir sind doch im Sommer. Was soll ich denn mit einem Pullover, will ich ein T-Shirt haben, sonst was, ne? Wir haben ja hier einen Häkelstrick und wenn wir uns das ganz genau angucken, der ist so fein, ja. Das ist wunderbar, eine ganz, ganz leichte Qualität. Da sehen Sie quasi hier schon meinen Finger durch, ja. Der lässt natürlich die Luft zirkulieren, das ist überhaupt kein Problem. Da fühlen wir uns ganz, 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 ganz leicht und wirklich ganz zart eingepackt. Und das zu einem Preis von 15 Euro. Das ist wirklich ein ganz besonderes Teil. Es sieht auch, finde ich, wirklich so ein bisschen, es hat dieses Selfmade, dieses Handgemachte. Und ich finde das auch ganz toll, kombinieren Sie das gerne auch mal mit einer dunkelblauen Jeans. Und das sind ja auch gerade diese Kulotts einfach, diese 7-8-Hosen sehr, sehr in. Dazu eine schicke Sandale, kann auch ruhig eine flache Sandale sein. Und das erinnert mich wirklich, wenn ich mir in der Brigitte und in der Madame die Modestrecken angucke, da toren immer alle, es sieht immer so leicht aus. Die Models, die fliegen immer da durch die Blumenfelder und hüpfen und springen und haben immer diese Leichtigkeit. Ja, warum? Natürlich nur, weil sie sich wohlfühlen in dem, was sie tragen. Das sollen sie auch verkörpern. Aber das geht natürlich noch leichter, wenn man nur 15 Euro bezahlt hat. Und das so ein bisschen auch das kleine Geheimnis ist. Ich sage ja auch mal, eine Frau ohne Geheimnisse ist wie eine Blume ohne Duft. Wir müssen unsere Geheimnisse schüren und vor allem müssen wir immer hier unseren Klamottenbezieher natürlich auch so ein bisschen schützen und sagen immer, alles da. Das ist mein Teil. Ich sehe da richtig heiß drin aus. Aber ich habe nur 15 Euro gespart. Weiß keiner. Ich sehe topmodisch aus und habe ganz, ganz viel gespart. Nämlich bei Shoppingstars, bei dem Outlet mit meiner Luisa verführt. Meiner Shoppingberatung auch ein bisschen. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich nicht nur eine Art Shoppingberatung für Sie sein darf oder eine Empfehlung, auch eine Art Freundin, die Ihnen einfach mit einem lieben Gruß, auch mit einer lieben Empfehlung tolle Tipps mitgeben kann. Denn ich stehe hier hinter jedem meiner Teile, die ich Ihnen anbieten darf. Und das macht mir natürlich riesen Freude, dass ich diese wunderbaren Preise habe. Weil so macht Mode Spaß. Und Sie sehen, wie toll aus. Und so sieht man auch, dass Sie sich wohlfühlen in diesen Teilen. Und das können Sie. Deswegen jetzt direkt anrufen oder online bestellen bei Channel 21. Sie brauchen etwas neues Gewürz, etwas Feuer in Ihrem Kleiderschrank und denken die ganze Zeit, ich weiß noch nicht so genau, wo ich mich für entscheiden soll. Ich habe genau das Richtige. Nämlich eine ganz, ganz tolle Curryfarbe. Die erinnert mich auch wieder so an meine Lieblingsdestination, an Marrakesch. Ich würde einfach gerne in Marrakesch. Ja, da ist auch alles bunt, da lebt alles. Und da ist auch eine ganz, ganz wunderbare Mode entstanden. Sie wissen, Yves Saint Laurent ist auch in Marrakesch zu Hause. Und der hat ganz viel mit diesen wunderschönen Curryfarben gearbeitet. 12 Euro für diesen Traum. Ein Paisley-Druck. Wir wissen, wer hat Paisley-Druck geprägt. Natürlich ist das Eto, ein ganz, ganz bekanntes italienisches Label. Wir machen auch ganz wunderschöne, lange Maxi-Dresses. Und da hat sich Heike Schubert so ein bisschen ihre Inspiration rausgezogen und für sie dieses Edelshirt gemacht. Warum müssen Sie das haben? Es kostet natürlich erst mal nur 12 Euro. Das ist ja wirklich ein Witz. Ein modischer Witz. Über den lachen Sie und ich wirklich herzlichst bitte aus voller Kehle, weil wir davon so viel schöne Mode haben und Sie so von profitieren. Und das ist einfach mein Herzensanliegen, dass Sie bei Shoppingstars hier rausgehen, aus dieser Sendung mit einem tollen Gefühl gespart zu haben und sich einfach wunderschön anziehen zu können. Wir haben hier bei diesem Pullover ganz, ganz viele Features. Erstmal hat er eine schöne Länge bis unter den Po. Das finde ich immer sehr schön. Der Abschluss ist einfach perfekt von der Länge gewählt. Und dann haben wir diese ganzen Kanten, sehen wir hier oben, am Rundheitsausschnitt. Beziehungsweise hier vorne, Entschuldigung, wir haben keinen Rundheitsausschnitt, wir haben einen V-Ausschnitt. Und auch bei uns hier an den Ärmeln unten haben wir wieder das so Bekannte. Da steht ja Monaco Blue für. Das ist wieder diese Lamm-Napper-Optik. Ein Wiedererkennungswert. Und finde ich auch wieder nochmal so ein kleines Highlight hier gesetzt. Da sieht man immer auch, dass hier mit Liebe gearbeitet wird, mit Liebe zum Detail. Und ich arbeite für Sie mit der Liebe am Preis. Wir sind bei 12 Euro. Wir haben beim Shoppingstars, bei meinen Shoppingstars hier bis zu 80% Reduzierung. Bitte schnappen Sie sich diesen Pullover. Wir haben ihn in gelb und in rot. Wir haben nicht mehr viele. Es ist auch kein Wunder für den Preis von 12 Euro. So, ja, rattern die hier nach und nach bei uns aus dem Lager zu Ihnen nach Hause und machen sich auf den Weg. Ich finde nach wie vor, es ist wirklich eine Farbe, dieses Curry. Ja, das schmeichelt jedem Hauttyp und bringt einfach dieses orientalische Feeling, was Marrakesch und was Yves Saint Laurent so sehr geliebt hat, ja, zu Ihnen nach Hause. 12 Euro. Die passende Hose dazu passt 25 Euro für den ganzen Look. Jetzt bestellen bei uns, bei mir. Viel Freude. Hier bei uns gehen die Preise hoch und runter. Ein Hin und Her. Aber heute sage ich, da sind wir ganz weit unten, nämlich mit unserem tollen Zickzack-Blazer, mit diesem Jacquard-Muster von Monaco Blue. Ich habe ihn mir direkt übergezogen, denn ich will Ihnen zeigen, dass wir ihn nicht nur in diesem schönen Schwarz-Lila haben, sondern nämlich auch in einem ganz tollen Schwarz-Grau. Ein Blazer für 25 Euro, ja, gibt es bei mir hier, bei meinen Shopping-Stars, weil wir nämlich sie zum Spar-Sternchen machen hier mit unseren Mega-Preisen. Und hier habe ich nochmal meine Anke, die kommt dazu, damit wir beide nämlich mal beide Farbausprägungen zeigen können. Einmal hier, wie gesagt, unser Schwarz-Lila, mein Farbfavorit. Und Anke hat sich für das Schwarz-Grau entschieden. 25 Euro, was soll ich sagen, ein Jacquard-Muster. Wenn Sie wüssten, wie aufwendig es ist, ein Jacquard-Muster zu stricken bzw. herzustellen. Es gibt dafür eigene Jacquard-Webstühle. Alleine das ist schon wirklich eine Handwerkskunst an der Mode, unbeschreiblich. Ich möchte diese Menschen, die alles das hergestellt haben, nämlich, weil wir sind ja bei Monaco Blue in Frankreich und Italien, das ist wirklich ein Lob nochmal an euch, Jacquard-Muster zu weben. Ist eine große Kunst und wir sind in der tollen Möglichkeit, statt 112 Euro Ihnen diesen Blazer für 25 Euro heute nach Hause zu schicken. Ich sage Ihnen, Sie haben hier knappe 90 Euro gespart, ja. Wo gibt es denn sowas? 90 Euro sparen. Das sind quasi, es ist einfach quasi ein Geschenk von uns für Sie, ja. Und Sie sehen damit grandios aus. Egal, ob über einer weißen Bluse, über einem Top zu einem Rock, zu einer Röhre. Sie können, das ist auch ein toller Business-Look, finde ich, ja, wenn Sie ihn zur Arbeit tragen. Oder aber einfach locker drüber über einem T-Shirt, auch da ist es einfach ein schönes modisches Teil. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie das haben möchten, auch diesen Zick-Zack-Jacquard-Muster-Blazer, dann müssen Sie jetzt wirklich schnell sein. Denn der wird hier durch die Decke gehen, das verspreche ich Ihnen. Ich liebe ihn jetzt schon. Das ist wirklich ein cooles Teil. Aber bei meinem Outlet ist es so, wer zuerst kommt, ne, der sieht auch als erstes schön aus. Und deswegen sofort reinklicken bei uns. Schauen Sie bei Channel 21. Welche Farben noch da sind, welche Größen noch da sind. Wir haben die kleinsten Preise, aber auch die kleinsten Mengen. Das sage ich Ihnen gleich dazu. Deswegen direkt Ihre Größe, ab in den Warenkorb. Dann bald ist es zu Hause bei Ihnen. Und Sie schmücken sich nicht nur mit der schönsten Mode, sondern Sie können sagen, ich habe 90 Euro gespart. Ich bitte Sie, 90 Euro sparen. Heute bei mir, morgen nicht. Jetzt. Jetzt sofort. Lieblingsteile. Und da sind wir jetzt genau bei meinem. Eine schwarze Röhre habe ich hier von Monaco Blue. Und ganz ehrlich, schwarze Lederröhren. Das ist das. Ich glaube, wenn Sie meinen Kleiderschrank einmal aufmachen, davon habe ich bestimmt 50 Stück. Warum? Weil ich sie ständig anhabe, weil ich sie ständig brauche. Und weil sie zu allem passen und weil sie immer sexy aussehen. Das ist einfach der Biker-Look. Und der wird nie aus der Mode kommen. Der ist immer verführerisch. Und heute ist der auch verführerisch, weil er nur 20 Euro kostet. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier wirklich stemmen und machen können. Das ist doch ein Allround-Klassiker. Das ist eine Röhre, eine Lamm-Napper-Optik-Röhre, die immer cool ist. Ich weiß gar nicht, wer hier so verrückt war, das hier auf diesen Preis runter zu reduzieren. Weil das ist eine Hose, die finden Sie in der Stadt nur für 100 Euro. Es gibt keine anderen Lederröhren, die da runter sind, die irgendwo gescheit sind. Und das Schlimme ist, wenn Sie eine echte oder beziehungsweise eine Kunstlederröhre haben, da blättert irgendwann das ab. Die können Sie nicht waschen. Das ist alles ein Mist, das sage ich Ihnen. Bei unseren Röhren von Monaco Blue, wir haben eben diesen ganz, ganz tollen Shaping-Effekt. Aber wir haben natürlich auch die Qualität, dass das wirklich hier entspannt ist. Die sitzt bei dir, da kann ich ja gar nicht reingreifen. Hier, guck mal hier, da kann ich. Hier darf ich einmal ran am Knie. Die sitzt locker, da engt nichts ein. Und trotzdem sehen wir einfach aus wie eine Rakete. Schauen Sie sich das an. Also unglaublich. Ich liebe Sie merken, ich überschlage mich schon. Es sind schwarze Lederröhren. Ist für mich das heißeste vom heißesten, was es auf dem Markt gibt. Eine Frau in einer schwarzen Lederröhre, darüber eine locker, eine locker wehende Bluse, vielleicht leicht transparenten High Heel. Ja, haben Sie für mich das Outfit der Outfits. Ja, mehr geht nicht. Können Sie auch einen Sneaker zu anziehen oder einen coolen Biker-Boot. Ein Stiefel geht auch. Und der Wahnsinn, 20 Euro. Sie bekommen für mich mein Lieblingsteil, wirklich, stehe ich 100.000% dahinter, mein Lieblingsteil für 20 Euro. Diese Röhre, diese Lamm-Napper-Optik-Hose von Monaco Blue, gefertigt in Europa, ja, ist eines meiner Fashion-Outlet-Highlights hier. Ein Shopping-Star der Shopping-Stars. Der größte Stern hier, der hier heute leuchtet. Und der leuchtet für 20 Euro. Ich kippe wirklich fast um, weil ich möchte diese Hose eigentlich theoretisch, ich gebe die auch nicht mehr zurück. Jetzt nehmen wir die jetzt gleich selber mit nach Hause für 20 Euro. Das ist wirklich ein Teil, müssen Sie haben. Sorry. Ist ein Teil, da baut jeder Look drauf auf. Ja, schwarz, meine Lieblingsfarbe, Modefarbe. Passt alles dazu. Mir fällt nichts mehr ein. Jetzt einfach bestellen. Seien Sie glücklich damit. Sie werden Sie einfach lieben. Genauso wie ich auch. Also jetzt, anrufen oder online bestellen, ja, dieses Highlight. Perfekt. In einer modischen Hose nicht nur gut aussehen, sondern sich auch sehr wohlfühlen und ganz bequem da drin durch den Tag schlendern. Das geht mit unseren Jogpants. Und es ist ja wirklich, es gibt keine Hose, die gerade mehr im Trend liegt als diese Jogpants. Es ist so ein bisschen immer dieser Jogger-Style, aber eben mit so ganz tollen Details, wie oben am Schlupfbund mit unserer Lambda-Leder-Kante. Und ganz ehrlich, für 15 Euro sehen Sie topmodisch aus. Wir schauen uns das einmal bei Antje auf dem Laufsteg an. Antje zeigt uns, wie sexy man diese Jogpants trägt. Man sagt, oder wir sagen beim Trendy dazu immer, Atleisure-Style. Da trägt, da steht, beziehungsweise das Wort drin, Athletik. Ja, es ist eine athletische Hose, aber auch Leisure. Also Leisure übersetzt ins Deutsche ist sowas wie müßig, so eine Müßiggang-Hose, ja. Aber ganz ehrlich, also wenn ich athletisch und müßig aussehe, ja, dann sehe ich nicht so heiß aus wie meine Antje neben mir, sondern dann sehe ich ganz anders aus in meiner Jogginghose. Also insofern, bitte, schauen Sie sich dieses Knaller-Outfit an. Da muss ich gar nicht viel zu sagen. 15 Euro für diese wunderschöne Hose von Monaco Blue mit dem grafischen Druck hier auch noch drauf. Das ist ja auch so ein bisschen, ne, so ein 70er-Jahre-Look, aber ins Heute übersetzt. Also modern interpretiert, so ein bisschen hippiesk, aber auch ein bisschen psychedelisch. Ich finde es super cool. Wir sehen das ja schon hier richtig. Das ist eigentlich quasi so ein bisschen so ein Disco-Prin, ne, den wir hier haben. Und ich sage Ihnen, da geht auch richtig die Musik los, wenn wir uns den Preis angucken. 15 Euro für diese Hose. Ich kann sie quasi alle schon klicken hören. Klick, 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 klick. Die Warenkörbe, die, boah, die laufen schon über. Überlegen Sie, schauen Sie bitte im Internet. Einfach bei uns in der Suchmaschine Shopping Stars eingeben. Da finden Sie alle meine Highlights aus meiner Shopping Stars Outlet. Sendung. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie finden bestimmten Oberteilen noch, was auch 15 Euro oder 20 Euro kostet. Sie bezahlen dann für ein ganzes Outfit 30 Euro. Bitte überlegen Sie nicht lange. Wenn Sie bis morgen überlegen oder übermorgen, ich kann es Ihnen nicht versprechen, dass Ihre Größe noch da ist. Für 15 Euro geht das hier durch die Decke. Ich sage es Ihnen, bei meinem Outfit, da fliegt hier das Dach weg. Wir haben Preise, die sind so klein. Da müssen Sie nicht zum Lachen in den Keller gehen. Wir lachen ganz, ganz laut, weil wir uns so freuen über diese tollen Angebote. Es ist ein Geschenk von uns für Sie, ohne Frage. Denn solche coolen Styles, modische Styles, ich würde mich hier nicht hinstellen und Ihnen irgendwelchen Krempel verkaufen. Ich bin Modejournalistin, ich bin Stylistin. Ich will, dass Sie hot aussehen, dass Sie modisch aussehen. Deswegen jetzt diese Hose bestellen. Viel Freude damit. Was wäre Saint-Tropez ohne seine Cabri-Hose? Beziehungsweise was wäre auch Brigitte Bardot ohne ihre Cabri-Hose und ihren fantastischen Stil? Und den Stil, den habe ich eingefangen und habe den hier eingepackt in eine Cabri-Hose in der Dreiviertelänge. Und das Besondere, wir haben zwar den Saint-Tropez-Flair, aber zu 18 Euro. 18 Euro für eine Hose von Monaco Blue. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie jetzt gleich Gesa auf dem Laufsteg sehen, oh, da ist sie schon, dann werden Sie verstehen, was ich meine. Es ist kein Wunder, dass Gunter Sachs früher in die Knie gegangen ist, beziehungsweise Helikopter voller Rosen über ihr hat quasi ausschütten, regnen lassen. Hätte ich auch. Und das alles kommt jetzt zu Ihnen nach Hause. Dieser Gedanke, diese Fantasie, dieser Traum von Saint-Tropez mit unserer Cabri-Hose. Wir haben die Hose nicht nur in Rosé, wir haben sie auch in Schwarz. Aber auch hier müssen Sie leider schauen, weil Schwarz ist es, wird es schon wirklich sehr, sehr eng. Warum? Kein Wunder. Wir sind bei den Shopping-Stars. Und das ist es natürlich. Was macht unsere Shopping-Stars aus? Es sind die kleinsten Preise, die wir je hatten bei Channel 21 hier bei unserer Mode. und natürlich auch die kleinsten Mengen. Kleinste Menge, was bedeutet das? Schnell sein. Jetzt direkt die Cabri-Hose in den Warenkorb einpacken, ja. Schnell noch Ihre Größe raussuchen, entscheiden, Rosé oder Schwarz, ja. Vielleicht ist es Ihre Lieblingsfarbe. Was können Sie besser kombinieren in Ihrem Kleiderschrank? Und bei 18 Euro. Bei 18 Euro, muss man doch wirklich nicht lange überlegen. Das ist eine Hose, ja, die verspricht französisches Flair. Sie kommt aus Frankreich, sie wird in Europa gefertigt eben und dann zu diesem Knallerpreis. Schnell sein, das ist die Devise bei den Shopping-Stars. Denn wer schnell ist, bekommt eben noch das, was hier so günstig ist heute. Keine 60 Euro, nein, 18 Euro kostet die Cabri-Hose hier in diesem wunderschönen, zuckerigen Rosa. Und ich verspreche Ihnen, schauen Sie mal bei Shopping-Stars, bei Channel21.de, klicken Sie sich da mal rein, schauen zwischen unseren ganzen wunderbaren 200 Artikeln, die wir dort haben. Ich verspreche Ihnen, Sie finden noch einen Oberteil dazu, ja. Und dann haben Sie einen Oberteil vielleicht auch für 15, für 18 Euro, ja. Das heißt, ein Komplett-Look für 30 beziehungsweise 40 Euro kommen Sie nach Hause. Ein Komplett-Look, ja, der trendy ist, der Fashion ist und der mit unserer Cabri-Hose, was ich ja schon sagte, aus Saint-Tropez direkt zu Ihnen nach Hause kommt. Ein wirkliches Highlight von uns, von Channel21. Deswegen direkt jetzt anrufen 0800 21 333 21 und dann ist die Cabri-Hose Ihre Hose. Also insofern, schnell klicken, schnell sein, Sie wollen die haben, kein anderer, Sie, genau Sie, sehen schöneren aus. Wie wäre es mit einer wunderschönen Bluse jetzt noch für den Sommer? Ich hätte da auf jeden Fall das passende Stück und ich nehme es mir auch direkt runter, weil es hat nämlich eine meiner Lieblingsfarben, dieses wunderschöne, so ein bisschen wie mit Deckweiß aufgehellte Petrol-Blau. Und das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, zusammen mit ganz wunderschönen, leichten Rosé-Tönen, auch im Make-up und in der, vielleicht in dem anderen abgestimmten Kleidungsstil, ein Knaller. Und jetzt kommt der richtige Knaller, 16 Euro möchte ich heute noch von Ihnen nur haben für diese Bluse. Und diese Bluse, ich habe die selber zu Hause, hat unglaublich schöne Details. Wir haben hier nicht nur diese süßen Taschen, das ist so ein bisschen dieser Military-Stil, auch hier auf den Brüsten nochmal vorne, sondern wir haben auch diese tollen Pelmut-Knöpfe. Und die liebe ich so sehr bei Monaco Blue. Das ist wertig, das sieht schick aus, da spiegelt sich das Licht immer drin, das ist ganz seitig weich und dann natürlich zusammen mit dem Rauchblau ergibt das eine wunderschöne Symbiose. Es ist einfach, wie gesagt, ich finde die schönste Farbe aus der kompletten Auswahl, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, für 16 Euro. Es ist eines unserer Top-Seller, würde ich vielleicht sogar zwei Farben nehmen. Rosé ist auch super schön, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, welche Größen da sind. Da, wir haben um die 200 Artikel bei uns hier bei Shoppingstars, alle zu diesen Knallerpreisen. Bitte helfen Sie mir da etwas und schauen Sie vielleicht selber mal bei Channel 21, ob Ihre Größe noch da ist. Und vor allem seien Sie bitte schnell, denn bei uns ist heute hier Ausverkauf. Ja, wir drehen hier komplett am Moderat. Wir drehen das ohne Ende und zwar in Richtung kleinster Preis. Mehr geht nicht, kann ich Ihnen schon versprechen, aber ich denke, das sehen Sie auch selber ein. 16 Euro für eine Bluse von Heike Schubert, ja, in Paris, äh, in Paris sage ich schon, in Frankreich hergestellt. Ja, ist wirklich eine unglaubliche Aktion, die wir hier heute fahren. Wenn Sie vier Blusen hiervon kaufen, ja, dann kommen Sie fast auf den Normalpreis. Vier Blusen und Sie sind bei dem Preis, die normalerweise eine Bluse kostet, ja. Vier für eins. Wo lesen Sie das denn, wenn Sie in die Stadt gehen? Und vor allem, dann müssen Sie ja erstmal in die Stadt gehen. Bei mir gehen Sie nicht in die Stadt. Bei mir, da schalten Sie einfach hier ein bei Shoppingstars und ich nehme Sie mit auf meiner kleinen Milchstraße durch die Sternengalaxie. Und da pflücken wir uns unsere Highlights raus, Sie und ich. Wir, oder beziehungsweise ich gebe Ihnen ein paar Tipps, wie Sie vielleicht kombinieren können und Sie sparen wirklich, was das Zeug hält. Nehmen Sie alles mit, was Sie wollen. Ja, hier können Sie heute nichts falsch machen, nur schön aussehen. Eine kleine Erfrischung. Auch das kann Mode ab und an sein und das ist sie genau jetzt bei mir bei Shoppingstars. Nämlich mit dieser super coolen Jogpans in diesem, ich sag immer, Swimmingpool Blau. Wir können alle gut gerade, glaube ich, eine kleine Abkühlung gebrauchen und die gibt es nicht nur modisch und auch nicht nur mit meinem Blau, sondern mit meinem Preis. Deswegen, jetzt bestellen, wenn Sie auch die Jogpans haben wollen, schauen Sie sich das an. Die hat auch noch die coolen Taschen, die hat wieder unseren tollen Schlupfbund und die hat einfach eine sensationelle Farbe. Und die sehen wir jetzt hier bei Antje. Ein Wahnsinns-Look. Es ist doch wirklich, oder? Ich liebe es im Sommer, wenn ich im Urlaub bin. Ich hänge ja sowieso nur den ganzen Tag am Pool rum, wenn ich mich erhole und gucke ins Wasser. Ich liebe es. Ich finde, es ist entspannend. Es gibt keine Farbe, die uns mehr zur Ruhe bringt und die uns wirklich mehr runterkommen lässt als Blau und als Wasser. Und genauso sieht diese Hose aus. Es ist eine richtig coole Farbe. Ich mag auch immer diese Optik, die wir nämlich haben in unserer Lambda-Pau-Optik. Ist ja immer fast so ein bisschen, sehen Sie dieses changierende Spiel der Farben, fast als wäre es gesprüht. Das hat eine sehr artifizielle Wirkung und das ist wie bei den Gemälden von David Hockney. Das ist einer meiner Lieblingskünstler, der hat immer Bilder mit Pools gemalt. Heißt das Pools? Poolen? Naja, Sie wissen, was ich meine. Auf jeden Fall immer wunderschöne Farben mit reingenommen. Also, machen Sie mit mir. Kommen Sie mit mir. Steigen Sie aufs 3-Meter-Brett. Wir beide springen zusammen darunter in diesen Preis von 20 Euro, ja. Da machen wir eine richtige Arschbombe rein, weil hier können wir uns wirklich freuen, für 20 Euro eine Jogpants zu bekommen, ja. Sie bekommen eine Jogpants für 20 Euro. Die hat 67 gekostet. Vergessen. 67 können Sie direkt in den Pool schmeißen, brauchen wir nicht mehr. 20 Euro. Für 20 Euro holen wir uns eine richtig modische Erfrischung. Und wenn Sie von mir noch einen Tipp haben wollen, was das Styling und die Kombi angeht. Weiß ist perfekt. Sie können aber auch, denken Sie mal an so ein richtig geiles Gelb, ja, oder an Pink. Sie können da richtig wirklich was machen, auch in der modischen Kombination. Insofern, ich liebe diese Hose. Ich finde sie sensationell. Sie können die verstellen, auch oben nochmal mit den Bändchen weiter enger. Und haben immer diese coolen Taschen. Das finde ich immer wichtig, dass man da wirklich was hat, wo ein bisschen Leisure rumstehen kann. Ist ja eine Jogpants, ne. At Leisure Style, also wirklich auch ein bisschen entspannter. Und entspannt können Sie sich zurücklehnen, weil ganz ehrlich, bei 20 Euro, ne, da kann man ganz entspannt einkaufen gehen. Bei uns hier bei channel21.de. Insofern, jetzt ran an die Hose und mit mir in den Pool springen vom 3-Meter-Brett und sich freuen über diese Ersparnis. Jetzt bestellen! Einmal aussehen wie Audrey Hepburn. Wie das geht? Ganz einfach. Und vor allem, das kostet nur 25 Euro. Ich zeige es Ihnen, denn dieser Kurzmantel, beziehungsweise bei uns hier bezeichnet als Jacke, ist eines der Teile, wo ich immer sage, wenn ich dieses Teil anziehe, höre ich im Hintergrund immer Moonriver laufen. Es ist diese typische, ja, Jackie Onassis hat es auch immer getragen, Rundhals, etwas ausgestellt, große Knöpfe, ja. 97 Euro war der Preis. Vergessen Sie den. Weg, 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 weg. 97 nicht mehr im Kopf haben. 25 Euro kostet diese Jacke. Und ich bitte Sie, schick haben wir jetzt in diesem Moment neu definiert. Schick ist nämlich genau das, was wir beide hier tragen. Schick ist diese Jacke mit diesen großen Knöpfen. Und das Besondere ist, wir haben hier eben diese Waffelpikee-Optik. Und das ist immer so schön, finde ich, weil es gibt einfach dem Material nochmal ein bisschen Pfiff und nochmal ein bisschen Schwung. Es ist diese, so ein leichtes Waffelpikee, auch fast wie so eine Mesh-Optik. Es sieht immer, es ist eine Mischung aus sportlich und schick. Und ich finde ganz ehrlich, für 25 Euro bekommen Sie hier eine Jacke, Rundhals-Ausschnitt, große Knöpfe. Ein Design wirklich wie gemacht für große Stars, wie Audrey Hepburn, wie Jackie Kennedy. Ja, alle haben solche Jacken getragen. Immer dieser Rundhals. Es hat immer irgendwie so was Aristokratisches, etwas Königliches. Ich mag das sehr, sehr gerne, vor allem die schräg gesetzten Taschen. Ich brauche immer irgendwas, wo ich meine Hände lassen kann, weil ich bin ja sonst immer sehr nervös und fummel immer viel rum. Deswegen ist das wirklich optimal. Diese Jacke wird gleich direkt weg sein. Sie hat mal viermal so viel gekostet. Kostet heute 25 Euro. Für 25 Euro eine Jacke, die Sie auf jedem Event tragen können, die Sie auf allem anziehen können, wirklich über dem T-Shirt, über einem ganz tollen Etui-Kleid. Vielleicht, wenn Sie mal in die Oper gehen, ins Theater, zu einem schicken Konzert, dann ist das genau der richtige Begleiter. Ein Highlight in Schwarz, in der Modefarbe schlechthin. Und das für 25 Euro. Ja, Shopping-Stars, da sind natürlich die ganzen Stars mit drin. Wir versuchen immer, Stylings für Sie zu erstellen natürlich und Looks rauszusuchen, wo wir sagen, genau das ist Trend. Das finden Sie gerade draußen, wo die Leute und alle um Sie rum sagen, wow, Sie sehen bezaubernd aus. Deswegen jetzt anrufen 0800 21 333 21 und sagen, ich will aussehen wie Audrey Hepburn. Ich will von Monaco Blue die Jacke mit Knopfleiste. Und zwar genau jetzt. Die Trendfarbe 2019. Wissen Sie, welche das ist? Ich verrate Ihnen. Living Coral heißt die Trendfarbe 2019 vom Pantone-Institut bestimmt. Und, na klar, habe ich auch die unter meinen Shopping-Stars. Denn auch wir liegen komplett im Trend mit unserem Preis von 20 Euro. Was macht mehr Spaß, als direkt auf den Punkt Mode zu kaufen, die genau so 2019 gerade stattfindet. Aber hier in dem Fall 47 Euro zu sparen. Also quasi das Zweifache von dem, was die Hose im Moment noch kostet. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie sich das Koralle so auf dem Laufsteg macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesen Fan von Living Coral, von unserer Korallenfarbe. Denn wofür steht Koralle? Denken Sie doch mal nach. Es ist auch eine Farbe, die aus dem Wasser kommt. Wir haben ja viele andere tolle Blautöne, auch bei uns bei den Shopping-Stars. Aber Koralle, das ist Energie. Das ist eine sehr energiegeladene Farbe, die uns sehr schmeichelt, die Harmonie bringt. Und so wird es jedenfalls auch bei unserem Pantone-Institut formuliert. Wir haben im Moment Zeiten um uns rum natürlich auch überall, wo wir uns mit der Mode wieder versuchen, etwas Mut zu machen. Und auch mehr Freude zu bringen und uns auch so anzuziehen, dass wir da vielleicht so ein bisschen harmonisch und auch einfach liebevoll uns was Gutes tun. Liebevoll tue ich Ihnen was Gutes bei mir mit den Shopping-Stars, weil ich Ihnen mit dem Preis so weit entgegenkomme, dass ich Ihnen diese Jog-Pant wirklich auf dem Silbertablett serviere. Ja, ich bringe Ihnen die quasi bis direkt nach Hause. Ja, unsere korallenfarbene Jog-Pant aus Velour-Leder-Optik. Wir haben hier, Anke hat es eben schon ganz, ganz toll gezeigt, wieder diesen elastischen Bund. Ja, man fühlt sich nicht eingeengt und man kann die Hose aber ganz toll kombinieren. Die funktioniert mit High Heels, mit Keilsandalen, die funktioniert mit flachen Sandalen und Sie haben diese coolen Taschen. Sie kennen das, Heike Schubert präsentiert das ja auch immer wunderbar. Es hat einfach diese lässige, laissez-faire Art. Und auch gerade nochmal hier, schauen Sie auch gerne bei den Oberteilen. Auch das ist ein Oberteil bei mir von den Shopping-Stars. Da immer gerne bei uns bei channel21.de Shopping-Stars mit reingucken. Denn da sind nicht nur solche Teile wie unsere Jog-Pants. Alles bis zu 70, 80 Prozent reduziert. Ja, was heißt das? Kleinste Preise, kleine Bestände. Deswegen, was heißt kleiner Bestand? Ja, genau, ganz, ganz schnell sein. Und ganz schnell sind Sie jetzt bitte hier bei der korallenfarbenen Jog-Pant. Denn die Trendfarbe 2019 Living Coral gibt es nicht nur hier, sondern gibt es hier als Jog-Pant. Deswegen jetzt anrufen oder direkt reinklicken und ganz lässig in der Trendfarbe aussehen. Was soll ich sagen? Ich bin überglücklich, weil ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen ganz viel mitgeben konnte. Ganz viele kleine Preise. Und dass Ihr Warenkorb jetzt überläuft. Ich hoffe, Sie haben ihn voll gepackt mit Sachen. Denn viel kosten kann es nicht bei diesen kleinen Preisen. Selbst für 100 Euro haben Sie wahrscheinlich fünf, sechs Teile bekommen. Insofern, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie sind bald wieder dabei, wenn es heißt Shopping Stars, das Outlet mit Luisa verführt. Bis dahin. Bye, bye.